Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Ruven Schröder und Peter Knebel haben sich für die Bundesliga was vorgenommen. Simon Terotte soll es endlich schaffen, auch in der 1. Liga wirklich gute Quoten aufzuweisen, denn das hat dann bislang noch nicht allzu gut geklappt und dafür gibt es auch schon klare Pläne. Denn zum einen soll auf jeden Fall ein neuer Stürmer kommen. Die Sportbosse wollen nämlich einen 2. Knipser holen, der Terotte sozusagen einen Teil der Torlast abnimmt. Denn zusammen sollen die beiden wohl für mindestens 20 Bundesligatreffer gut sein, plus natürlich auch noch ein Marius Bülter dabei. Und was auch sehr interessant ist und ja auch schon durchgekommen ist bei Peter Knebel, ist, dass Schalke, obwohl man Aufsteiger ist, eine Offensiv-Taktik fahren möchte. Denn um den Klassenerhalt zu schaffen, hat Schalke eben nicht vor, sich am Strafraum einzumauern, man möchte wohl Mittelfeldpressing spielen, sodass die Pass- und Flankenwege zu Terotte kürzer werden. Was ja vollkommen richtig so ist. Denn ein großer Punkt bei Simon Terotte ist ja, dass er auch einfach gefüttert werden muss und dann kann er auch in der Bundesliga treffen. Problem war ja bislang, dass Terotte meistens bei Aufsteigen gespielt hat, die ihm eher auf die Defensive gebaut haben und nach vorne lange Wege hatten. Dann wird es schwer für so einen Stürmertypen wie Terotte. Aber wenn man halt offensiver spielt und generell auch mal den Ball haben möchte, dann schafft man es eben sicherlich auch, unsere Nummer 9 gut einzusetzen. Und was auch nochmal ganz wichtig ist, Simon Terotte soll höchstwahrscheinlich, natürlich wenn die Leistung stimmt, auch oft in der Startelf stehen. Also es ist jetzt nicht angedacht, dass er irgendwie nur der Top-Joker wird, weil er schon zu alt ist oder weil er die Bundesliga noch nicht so wirklich gerockt hat, sondern es gilt volles Vertrauen für Simon Terotte, was ihn dann auch nochmal mehr beflügeln soll. Denn er selber sagt ja auch schon, seine beste Zeit kommt noch. Und ein guter Punkt spricht ihm auch für unsere Nummer 9. Er ist komplett fit, deswegen vertrauen ihm auch Schröder und Knebel darauf, dass er die beste Bundesliga seiner Karriere spielen wird. Aber es soll eben auch noch Verstärkung geben auf seiner Position, um auch einfach die ganze Geschichte ein bisschen zu entlasten, um natürlich aber auch flexibel aufgestellt zu sein. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!